Wann wird 7 vs. Wild Folge 4 veröffentlicht? Die letzte Folge 7 vs. Wild Staffel 2 kam am letzten Samstag. Die Folge ist jetzt also schon fast vier Tage her. Wann kommt also Folge 4? Letzten Mittwoch kam Folge 2, allerdings war diese Folge zweieinhalb Stunden zu spät. Die Folge 3 am Samstag kam dann pünktlich. Das wurde auch über Instagram angekündigt. Normalerweise kommen 7 vs. Wild Folgen immer mittwochs und samstags um 18 Uhr. Und über den Instagram Kanal 7 vs. Wild wurde gestern bekannt gegeben, dass die Folge rechtzeitig heute um 18 Uhr kommt. Wenn es allerdings Verspätungen gäbe, dann kommen entweder in der Story von Fritz Meinecke oder dem 7 vs. Wild Account eine Benachrichtigung darüber, dass es zu spät kommt. Abonniert gerne diesen Kanal und bis bald.